Einen Monat zerriss eine schreckliche Explosion die Luft über dem nördlichen Kalimdor. In diesem Augenblick stürzte das große Schiff Exodar vom Himmel und schlug auf der Welt Aseroth ein. Auf ihrer Flucht aus der verwüsteten Scherbenwelt benutzten die edlen Draenei, die dimensionsreisende Exodar, um eine sichere Zuflucht zu finden. Angetrieben von den Legenden über die heroische Allianz, die sich gegen die Macht der brennenden Legion erhoben hatte, sind die Draenei gekommen, um Hilfe für die Rückeroberung ihres zerstörten Heimatlands zu suchen. Als Behüter der Lehren des heiligen Lichts und Bewahrer des Lebens hoffen die Draenei, einen neuen Zusammenschluss von Kriegern formen zu können, um die brennende Legion zu bekämpfen und ihren schrecklichen brennenden Kreuzzug aufzuhalten. Nur mit Mut und dem unerschütterlichen Glauben an das Licht bewaffnet, machen die Draenei sich auf, die Allianz zu finden und sie zu dem Schicksal zu führen, das sie über den Himmeln von Aseroth erwartet. Die Zukunft zweier Welten liegt nun in eurem Ende.